Aufmachen, sondern... Ja, auf jeden Fall, hier unten. Ja, auf jeden Fall. Ach, der hat ein Junge. Ach, das hat er mir doch gar nicht gesagt. Der hat ein Junge. Wieso hängen bei dem die Ohren so? Das ist die Rasse. Schlagohren. Das ist eine Hängeohren. Ja, ja, Schlappohren. Hase oder Kaninchen? Kaninchen. Stallhase oder Kaninchen. Beide, das kann man sagen. Das gibt's nicht. Wie viele Junge haben die? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, das sind auch schon Junge. Ja, ja, das sind Junge. 6 Stück haben die, ja? Normalerweise, das ist nicht in Ordnung. Die müssen normalerweise im Nest liegen. Die sind alle verstreut. Vielleicht war es zu warm. Ist denen zu warm, meinen Sie? Ja, ja. Die sind wohl auch erst vor ein paar Tagen geboren. Die sind auch die Nacht erst geboren. Die haben keinen Fell. Die Nacht geboren. Die haben kein Fell. Aha. Das Fell wächst erst noch. Muss ich mich aber spüren. Das habe ich aber nicht gewusst. Sie sehen aus wie kleine Nilpferde. Ja, ja. Ja, ja. Nilpferde haben ja, die haben ja kein Fell, sondern die haben nur Lederhaut. Und nach sechs Tagen ist das Fell gewachsen. Ach so. So schnell geht das, ne? Ja, ja. Kommt umgekehrt. Ja, das sind von Nestflüchter. Ja. Das sind lustig, diese langen Ohren, damit die besser hören können, ne? So, dann mache ich mal Schluss mit dem.